Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes, Follow by Spotify, Kommentar bei YouTube, ihr kennt das Ganze. Denn heute sprechen wir ein klein wenig über den kommenden UFC Pay-Per-View, UFC 258, beziehungsweise mit dem großen Fragezeichen über diesen Fight. Und zwar, wenn Kamaru Usman gewinnt, ist Usman dann der neue Welterweight Goat oder nicht? Und wird es Usman noch werden? Und prinzipiell müssen wir uns dafür ein paar Fakten anschauen. Usman hat seit Jahren nicht mehr verloren. Er ist in der 16-Fight-Winning-Streak. Er ist in der UFC ungeschlagen und hat vor allem Tyron Woodley einfach deklassiert. Tyron Woodley hatte ja in letzter Zeit seine Probleme. Das heißt, er wurde Rapper, dann wurde er Schauspieler, er wurde alles, aber kein Kämpfer auf Championship-Level mehr. Und Usman war der Erste, der Tyron Woodley deklassiert hat. Vorher hatte ja Tyron Woodley damals noch gegen Darren Till gekämpft. Und dann kam Usman, wo ich damals dachte, dass Woodley tatsächlich, ein Prime Woodley könnte ein Prime GSP schlagen, habe ich damals gesagt. Und dann kam dieser Usman-Fight und Usman hat fünf Runden lang Tyron Woodley dominiert. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Fight. Woodley hat immer seine Punchers Chance gesucht und wollte diesen Lucky Punch treffen, auch in der fünften Runde noch. Aber was Usman da mit Woodley gemacht hat, war grandios. Dann hatte Usman gegen Colby Covington gekämpft. Das war doch eher knapp, dieser Fight. Wir hatten einen Fünf-Runden-Fight. In der fünften Runde ist dann Colby Covington zu Boden gefallen. Usman konnte ihn finishen. Nichtsdestotrotz gingen die beiden 2-2 in diese fünfte Runde. Das heißt, Covington hatte zwei Runden gewonnen, Usman hatte zwei Runden gewonnen. Und in dieser letzten Championship-Round, in dieser fünften Runde, hat dann Usman gezeigt, okay, dem Champion gehören diesmal die Championship-Rounds. Aber das war ein sehr beeindruckender Fight. Ein Kampf, der sehr viele überrascht hat, auch mich. Einfach aus dem Grund, dass die beiden nicht miteinander gerungen haben, obwohl beides grandiose Ringer sind. Dann hatten wir Usman gegen Mars Vidal. Ein relativ langweiliger Kampf. Mars Vidal hatte diesen Fight acht Tage vorher angenommen, weil Gilbert Burns ausgefallen ist. Das war im Juli 2020. Und nichtsdestotrotz waren das fünf Runden sehr viel Clinch, sehr viel Grappling auf eine sehr unspektakuläre Art und Weise. Klar, sehr effektiv. Das heißt, Usman hat sehr, sehr stark gekämpft und sehr gut, aber nicht spannend, nicht spektakulär oder irgendwas, sondern Usman hat das gemacht, was er tun musste, um zu gewinnen und ging nicht darüber hinaus. Gut, das heißt, Usman hat jetzt zwei erfolgreiche Titelverteidigungen und diesen einen Titelsieg, also drei Titelkämpfe insgesamt, die er bereits gewonnen hat. Jetzt steht der vierte an am Wochenende. Burns kann einen Usman ausknocken. So ist es nicht. Burns hat Wumms, Burns hat Power und Covington hat gezeigt, dass man Usman auch anklingen kann. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Usman der Champion bleiben wird und wenn Usman diesen Kampf gewinnen sollte und gehen wir mal davon aus, dass Usman seinen nächsten Kampf auch noch gewinnt, vermutlich gegen Covington, dann ist er definitiv der Goat im Welterweight. Er hat jetzt zwölf Siege im UFC-Weltergewicht. Damit ist er gleich auf mit George St. Pierre. Bald kommt vielleicht sein 13. Und dann hat er, was diesen Rekord angeht, GSP auf jeden Fall überholt. Usman ist ein wahnsinnig guter Wrestler. Dreimal NCAA Division I All-American. Das ist relativ beeindruckend. Das ist ein Titel, den gewinnen College-Ringer wie Daniel Cormier, Henry Cejudo, Brock Lesnar. Das heißt nur die Ringer, die wirklich, wirklich stark sind. Und Usman konnte diesen Titel gleich dreimal hintereinander gewinnen. Sollte 2012 eigentlich auch bei den Olympischen Spielen mitmachen, aber hatte er sich dann verletzt. Und statt dann Olympionik zu werden, wurde er MMA-Fighter und hat sich aufgrund dieser Verletzung Richtung MMA gewandt. Und ja, ist Usman der Goat oder nicht? Aktuell nein, er kann es aber noch werden. Und was ist eure Meinung? Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Folgt Wheel of MMA bei Instagram. Viel Spaß am Wochenende und damit ciao. Bis zum nächsten Mal.